Aber bei dem Beispiel, diese Frau gleich riecht weg. Schmeckt? Schmeckt. Stimmt, Tadeus? Stimmt. Hey, stimmt, Tadeus? Stimmt, Tadeus? Stimmt. Jetzt findest du mich, frag mich jetzt. Frag mich jetzt. Stimmt, Tadeus? Stimmt. Wir sind jetzt alle Tadeus. Hey, wenn ich zeige sie, zum Beispiel, diese Zettel. Ja. Schreit? Wenn sie froh ist, wenn es ihr passt, dann nichts zeigen. Nein, nein, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, ich will nicht zeigen sie, zum Beispiel, so, äh, klar, schaust du, wie viel kostet, da, da, nein, wegen, zum Beispiel, Garantie. Zum Beispiel, hier, früher, ich hab nur Koffein zu. Eine Uhr. Wie heißt diese Uhr? Abenduhr. Abenduhr, ja. Aber ich will, gibt, äh, so eine Paket, unten Paket, so unten, die geschenkt, unten. und dann geht, die Zettel. Ja, und, ey. Da, ich hab nämlich nichts verstanden. Was ist das? Warte mal, halt, ich mach was. Du musst ein bisschen hochkommen. Schlau, Schläucher. Jetzt, Filme. Schläucher. Willst du den haben? Nee. Schau mal. So, genug. Okay, jetzt kannst du trinken, dann geht's dir besser. So, trink jetzt. Aber nicht kotzen. Nein. Was ist passiert mit meinem Auge, Mama? Da, Ratte. Das ist kein Auge, das ist Glas Auge. Stimmt, Adios? Stimmt. Stimmt. Und, wo ist dein Herz? Zeigst du hier, wo dein Herz ist? Hier. Ja, da ist dein Herz. Stimmt, Adios? Stimmt. Nein, ich hab falsch gesagt, nicht die Seite. Andere Seite. Oh, ich hab es verkehrt gemacht. Und was sagst du jetzt dazu? Ja, bestimmt. Jetzt hat sich das Klaviert. Wo ist die Frau Nintre? Wer? Zu Hause. Sie darf das nicht wissen, was wir machen. Sie darf nicht erfahren, dass das Kracke dabei ist. Und sie darf nicht wissen, dass wir... Ich hab aber nicht so lange Zeit, gell? Ja. Weil hier heiraten, heiraten. Weil hier heiraten. Wo bist du genau? Man hört dich vollstückig, ich verstehe kaum voll. Prost. Wir sind jetzt bei französischem Kaffee. Und das ist dunkel und wir trinken Kartoffeln. Ja, okay, wir kommen jetzt. Aber wo ist das genau? Was? Ja, aber worunter? Okay, Schlauch, wo man runter zur Espan geht. Was ist das? Geh mal auch, ist egal, Simon. Ja, gleich, wir müssen dort runtergehen. Er hat was gefunden, aber er muss nicht fragen, ob es gut ist. Warte mal. Er sagt mir doch, wo er ist, und wir gehen kommen. Bei dem, wo bist du? Bei Jormas. Bei Müller doch direkt. Du bist krank. Okay, alles. Ja, die Leute darfst nichts sehen. Heule essen. Das muss gehen. Verstecken. Papier. Hey, du Motherfucker, wieso wir machen mir fest? Was soll das du? Verraschen mir? Was? Machst du so mal? Ich schlage ihn dir. Okay, wir kommen. So hat er fertig gesoffen? Ja, geh mal. Dann geh mal. Okay, bis gleich, okay? Motherfucker. Komm, skin it. Fest. Komm, wir müssen. Geh mal. Däh. Warte runter. Wir müssen runter. Geh mal lauchen, ist egal, da man. Stimmt, da war Tadeus, warte drunter. Wir müssen noch zum Rauschen mal anpacken. Raus. Mann. Zeit. Nein, sie. Du musst nicht mehr hin, weil sie hat gesagt, du musst mitkommen. Du musst gar nicht. Doch, du mitweiern. Sie hat dich jetzt eingeladen. Du, du Schorsch. Ja, dann lachen wir wieder nach Hause. Ja, jetzt. Schorsch kommt gesinnt, da ist ein paar Rösen Petern. Ja, dann schall sie nach Hause von. Aber sie warten doch schon. Wo ist sie? Da ist sie. Da, Dennis ist. Wo? 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 Was hat das? Was ist das lustig? Mamma mia. Oh, ich habe wieder mit dem Watt mussten. Ja, komm, geh jetzt hier. Wo hauen wir noch? Und geh, suche Geld. Schau, ist die Trasse. Wo gibt es 1 Cent, 2 Cent? Ja, ich geh, suche Geld. Ja, Fakir, was soll ich machen? Ja, keine Arbeit, keine Hause. Ja, aber nächste Jahre kommen, ich geh, neue Asad, neue Modelle. Ich muss gefunden, neue Arbeit mit Hause. Und da, ich geh, alle meine Kleidung, mach ihn kaputt und wegschmeißen. Und schneiden. Wir schneiden, naja. Ja, das hätte kein Orthokoll. Ja, komm, Beispiel so, motherfucker, Penner, Junkie. Und nehmen meine Kleidung. Das ist verankt, das ist meine Kleidung. Das niemand, niemand darf nehmen, das. Und danach, da ist er. Und danach, ich kaufe neue Kleidung. Modell, 200 Euro mehr, mehr. Alles klar. Das ist kein Spaß. Was? Du denke, ich bin Idiot, was? Salua, salua, salua. Wo ist der Scheich? Wo? Hinten. Da, da, da! Heute habt ihr gesehen, eine Feuerzeug. 20 Euro mit Tausimelek. Wenn ich habe Geld gekauft habe. Das ist geil. Attac, liebe Siese! Ach, guck mal, Louis! Ach, guck mal, Louis! Ach, guck mal, Louis! Ach, guck mal, Louis! Mach nichts! Mach es aus! Ja!